ATTENTIONE! Marco dreht auf und nimmt uns mit nach Klein-Neapel. Wir wollen ein Stück Italien hierher bringen und wir wollen das auch in den Gerichten widerspiegeln. Ist das Viva l'Italia? Dann hatte ich hier so eine Biscuits drin. Die waren jetzt nicht so weich, ich hätte sie mir weicher vorgestellt. Das ist schon ziemlich hart. Ich denke mir mal mit der Kritik, mit der er gestern leben musste, hat er heute noch genagt. Völlig angepisst und wie eine kleine beleidigte Diva.